Jiga, die Gelben haben irgendwas an sich, dass die irgendwie, ich krieg die nicht runter. So, und für diesen Snipe, ne? Ha! Ja! Oh, XA21! Für diesen Snipe-Kill hab ich dich jetzt platt gemacht. Volkswagen, das Auto und damit einen wunderschönen BMW. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Audi 5. Geht's ja online natürlich, Freunde. Auf dem Mega-Games-Server mit dem lieben Dennis, was geht. Boing! So, ich probier mich mal wieder mit der Oppressure, Alter. Und, oh ne, jetzt jeden oder was? Oh, ne, Digga, hab ich halt wieder direkt gar keinen Bock. Falscher Knopf. Welcher Knopf war nochmal? Oh, ja, hier. Ich hab für 200 entschieden. Dann pass auf, dass du nicht den Sprung aktivierst. Hab ich schon. Äh. Was denn da laus, Alter? Irgendwie sind da voll viele noch nicht angekommen, Digga. Zehn Spiele haben er aber verkackt. Was ist denn da passiert? Wo bist du? Ja. Weg! Alter, ich dachte, ich flieg rauf. Dann hab ich dich nicht mal berührt, Alter. What the fuck? Digga, du hast mich mal weggeschissen, Mann. Ich hab's gesehen, aber ich hab dich nicht mal berührt. Also, das ist ganz komisch. Ja, jetzt muss ich tatsächlich sagen, dass es jetzt flüssiger läuft. Ja, vielleicht schauen wir mal, wie es ist entwickelt. Also, es ruckelt nicht mehr wirklich. Wenn, dann ist es meistens ganz groß. In der Sekunde oder so. Also, nicht mal eine Sekunde. Aber sieht's denn jetzt auch merkbar schlechter aus, oder? Es ist schon ein Unterschied, aber es ist okay. Also, ich kann nicht auch arbeiten. Ich meine, so ist es besser, wenn man dann spielen kann, als wenn du halt nur diese Lacks hast. Heißt, dann hab ich lieber eine schlechtere Grafik. Ja, ist richtig. Echt jetzt? Hinter mir! Digga, warst du nicht reingefahren? Oh Gott. Kommt weg hier, sonst rammen sie mich raus. Ah! Ah! Oh! Ich bin fast explodiert! Du Stück Scheiße! Alter, du mieses Stück Scheiße! Oh mein Gott. Ich liebe dich. Ah! Digga, verpiss dich! Du bist auf mich minimal berührt! Digga, verpiss dich von mir! Weil du nix für Scheiße im Dreck, ey! Springen! Oh, Digga, weg von mir! Nein, ich mach nichts mehr! Digga, so ein Stück! Alter, weil ich fahr wirklich so ganz leicht gegen dich und äh... Digga, dass ich noch lebe, kannst du meinem GTA-Glück zu verdanken, Mann. Wir sind nur noch zu vier, da ist es kalt, ne? Ja, das stimmt. Digga, wie sie mich wollen! Oh, ne! Fuuuuck! Okay, alles gut. Digga, wie er direkt da hinten campt, Alter. Ich mach doch nix mit meinem Motorrad, als ob ich dich mit meinem Motorrad runterkicke. Jo, wo bist du denn? Ich seh dich zwar auf der Karte, aber ich seh dich nicht so. Da ist halt in die Luft gesprungen. Oh! Ja, voll! Wir beide gegen den anderen Typen da. Digga, let's go! Digga! Wuh! Oh mein Gott! Der versucht mich schon die ganze Zeit runter zu wandern. Ich glaub auch, der denkt, ich bin doof. Oh mein Gott, Alter, ist er mega stark von dir! Du hast einmal gewonnen. Digga, er gewinnt! Digga, ich hätte nicht gedacht, dass du das da langgefahren kriegst mit dem Feuerantrieb. Stark! Warum leckst du es nicht mehr? Gewinn ich gleich die erste Runde, ja? Ja, ist sch... Nur mal so am Rande, Digga! Stark, stark, stark! Sehr, sehr gut! P1 und P2, kann ich nicht, äh, nichts gegen sagen. Kann ich nix gegen sagen. Ja, das war jetzt mal nice. Also wirklich richtig geil. Ich frag mal, wie weit die wegfliegen. Ja, er hat ihn einfach zerstört, Digga. Jetzt rasieren wir beide den Server, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich mach mal einen Jump. Das ist mir sicherer. Ja, ich flieg auch. Joho, du bist ein bisschen weit, oder? Ah, der eine Typ hat's ein bisschen übertrieben. Alter, was machst du mit ihm? Ha! Du hast den rausgekickt. Ha! Ja. Das war aber keine Absicht. Oh, lolololololololololol, oh, Meister! Da bin ich als erster. Na so läuft das doch, Alter, das geht doch gleich mal jetzt anders. So kann das doch laufen, Mensch. Hast du Mitte? Nee, du fährst noch nicht Mitte. Nee, Digga, ich hab noch genug Zeit, über links zu gehen. Da hätt ich lieber Abstand als Motorrad. Uuuuhh! Warum? Digga! Dieses scheiße Motorrad, Digga, dass der mich fast auffällt. Nee, ich war das, glaub ich. Also ich war direkt vor dir, hab dann einen Booster gezogen. Ja, Digga, wie du mich in der letzte Runde fünfmal fast rausgefegt hast, Alter. Hä, was ist das denn, Digga? Ich glaub, jetzt wird's langsam mit der Zeit schon ein bisschen knäppos, knäppos. Komm, schau rein. Jo, danke dafür. Hey Digga, das ist ein richtiger Hund. Ey, sei doch drinnen, alles gut. Der will mich irgendwie, der will mich, der Typ. Naja, als Gewinner bist du ja auch ein Kicker, klar. Der Scherat-Papi. Rund 5, Rund 6 ist dann schon immer so ne kritische Geschichte. Loll. Oh mein Gott. Der ist einfach gegen mich gesche- Heißig. Oh Gott. Junge, alle rein hier, oder was? Was ist da los? Weg von mir. Ey, wir sind beide echt gut hintereinander. Zweimal hintereinander, so weit zu kommen. Ja, wir müssen das mal hinkriegen, würd ich sagen. Ich steh leider nicht gut hier, würd ich sagen. Da fliegen manche raus und wieder sind wir nur zu dritt. Jo. Scheiße, war das knapp. Pass auf, ey, pass auf. Kickster. Digga. Digga, was ist das denn für du und du, Alter? Ihr habt euch beide weggekickt. Ihr habt euch gegenseitig rausgekickt. Ich hab gewonnen. Haha. Wie geil ist das denn? Eine Runde gewinnst du, die andere gewinn ich, Alter. GG. Nice. Das ist Karma. Nice, nice, nice. Wenigstens hab ich ihn eliminiert. Das ist Karma, Digga. Beide stehen wieder ganz oben. So muss das sein. Und Sumo hätt ich ganz gerne, bitte. Nein, nicht Avalanche. Ja. Sumo. Jawoll, Sumo. Digga, Avalanche wird doch jetzt nicht Sumo abvoten hier, oder? Yeah. Jawoll. Sumo, Digga. Weiter geht's. Sumo, blaues Timo. Da bist du ja auch, da bist du ja auch, Mensch. Ah, die Map. Oh, jawoll. Alter. Oh, ne. Die Map, wo diese Bomben da lang fahren, oder? Oh, ne. Oh, ne. Ich brauch... Ich brauch ne andere Kiste. Ja, meine ist jetzt nicht komplett scheiße, aber auch nicht komplett geil. Ja, Digga. Digga. Alter. Ist das... Ist das... Kann man arbeiten? Oh, ne. Da kommen wir schon wieder... Zu viele. So, Nummer 1 hab ich. Digga, ich bin raus, Mann. Diese Kerle war so scheiße. Digga, was ist mit unserem Mate? Ah, du hast doch rausgekiss. Teammate? Ah, und deinen Teammate. You okay? Er schreibt auch ein Fragezeichen, Digga. Ha! Ha! Ja, unser Team, das war's dann auch schon wieder. Digga, was? Also, in dem Modus bin ich einfach noch nicht angekommen, sei das stupid. Stupid. Ich bin stupid. Digga, ich... Zallo, was für stupid. Ich hab 30 Sekunden überlebt und hab drei Kits. Ja, ich hab 27 Sekunden und nix. Digga, man, ich war schon wieder... in die Luft gesprengt. Ja, unser Team ist wieder okay. Digga, was ist da los? Das war richtig komisch. Digga, ich war schon wieder so abartig schlecht. Wahnsinn. Wahnsinn. Kann's ja keinem Menschen erzählen, Digga. Wie schnell auch die Runde ging gerade, ne? Ja, ich muss jetzt einfach erstmal abhauen und mir eine brauchbare Karre suchen. Und das bringt gar nix. Irgendeine Karre war eigentlich saugeil, aber was hat unser Teammate da... Digga, was hab ich dann... Wie kann ich mir nicht mal die Schuld geben? Das war einfach richtig komisch. Wir wurden irgendwie aneinander gesaugt und dann gleichzeitig runtergedrückt. Das war richtig komisch. Keine Ahnung, was das war. Ah, Gott, hab ich wieder ein Stück Scheiße, Alter. Ich muss weg. Egal wohin, ich muss erstmal... Ich brauch auch ne andere Karre. Ich fahr jetzt hier erstmal weg. Ab in den Teleporter. Oh mein... Scheiße. Oh mein... Scheiße. Oh mein... Scheiße. Hey, ich... Diese Scheiße, ey. Wirklich. Ich hab so ein unglaubliches Pech. Kannst du mir nicht erzählen. Ah, weg. Was? Was ist das schon wieder? Ich hab ihn mit Boost geräumt und er explodiert nicht, oder was? Wieso fliegt er nicht runter? Ja, ich hab mich... Ey, fick diese Physik von dem Server. Wirklich. Ich hab mich selber raus... Ich hab rausgefahrt. Digga, was ist das? Ich bin... Digga... Ich... Ich bin halt einfach schon wieder rausgefahren. Gott, war das schlecht. Hab ich's diesmal länger geschafft. Der Digga hat 42 Sekunden, Mann. Wahnsinns Leistung. Der Vito, der kämpft hier. Jetzt kommt der Mischau. Digga, Alter. Oh mein Gott, war der... Oh mein Gott! So, und jetzt... Digga, Fahrer! Er steht da in dem blauen drinnen. Ja. Ja, ja, Digga. Zack. Lol, er ist AFK. Der ist einfach AFK. Naja. Ja, ich hab auch nur Scheiße. Ich brauch ne gute Karre, Digga. Was soll ich machen, Digga? Mit was ich hier schon wieder starte? Ja, ich auch. Digga, die Ente, Mann. Komm, jetzt gib mir doch mal irgendwas schweres oder so. Ich lade. Ja, ne. Ich kämp' mich jetzt wieder an den Spawn zurück, ey. Ganz ehrlich. Oh ja, da ist wieder der Sniper, ne? Oh mein Gott! Hab ich die Decke kickt? Ja! Ich hab'n Kill gemacht! Ja! Oh, ich glaub, da geh' ich mal nicht auf Angriffskurs. Digga, die Gelben haben irgendwas an sich, dass die... Irgendwie... Ich krieg' die nicht runter. So, und für diesen Snipe, ne? Ha! Ja! Oh! XA21! 20! Für diesen Snipe-Kill hab' ich dich jetzt platt gemacht. Boah, jetzt leb' ich wenigstens mal ein bisschen länger. Oh! Ist das angenehm! Yo! Bist du das? Bist du richtig im, äh... Razer-Modus. Oh, da gön' ich mir mal ein Repair, alter. Ja! Ich steh'n der Snipe... Komm her, Geld! Und der Snipe... Ja. Ja, der drückt mich einfach jetzt so lächerlich durch diese Füße, Junge. Boah, nur noch wir zwei oder wie? Aber das ist ein Krankenwagen. Ich habe vier Kills gemacht. Was ist los? Oh mein. Ja, meine Freunde. Ciao, bin weg. Ja, aber der Krankenwagen ist noch da, ne? Ja. Aber er fährt mir hinterher. Ne, er geht wechseln. Hätte ich an seiner Stelle aber auch gemacht. Der Krankenwagen ist schon ziemlich scheiße. Jetzt wäre ich nur noch zu... Fährt ja zum Polizeiauto. Digga, ich mache ihn so platt. Ja, ich mache dich platt! Ja! Das war die Runde! Drei... Ja, ich habe jetzt drei Kills, aber ich habe die alle in dieser Runde gemacht. Also kann ich mich nicht beklagen und weiter gang's! Und ich habe die Rasse davon, der Crazy Kriot. Da bist du! Und ich starte nicht mit der Bombe! Oh! Wo ist die Bombe? Aha! Nice! Da ist die Bombe! Hallo! Ich habe sie nicht! Was ist los? Knocked himself out! Haha! Haha! Immer rausgefahren oder was? Haha! Oh! Erzähl doch mal! Erzähl doch mal! Was hast du gemacht? Ich habe ich gängig im Kreis gefahren und habe die Kamera gedreht und ich nach vorne geguckt und da war dieser Speed! Und dann bin ich rausgeflogen! Blot! Mann, wie kacke bin ich denn! Du hast ja noch eine Runde Zeit! Ja, die brauche ich dann auch, ey! Dass ich so unfähig bin, ne? Ich hoffe, dass du jetzt findest den Win-Holz hier! Ja, für dich mein Lieber! Ich bin... Ja! Oh, Scheiße! Ich habe eine Bombe! Jetzt nicht mehr! Limitare! Digga, warum fahren die denn alle so schlecht? Ja, verfolgt er dich gleich wieder! Nee, Digga! Oh! Ja, bei neuen Leuten merkt man jetzt schon, dass nicht mehr ganz so viele da sind, ne? Ja, weil die Map halt größer ist! Digga, er fährt gegen die Stangegegen, naja! Heißer! Ja! Not gut! Oh, shit! Not gut! Gar nicht gut! Oh, jawohl! Sehr gut! Oh, Gott! Uuuuuh! Ich seh'n hinter mir beide Pompas! Warum hab' ich sie denn jetzt schon wieder? Oh! Oh! Er hat verkackt! Ja, was! Ah! Oh! Du bist im Finale ab! Ja, Digga! Ganz solides! Nein! Alter, strong gespielt von ihm, aber er schafft's nicht! Oh, nee! Ah! Ich hab' mich nicht berührt! Der Wichser! Auch er hat dich berührt! Nein! Auf keinen Fall! Bei mir schon! Bei mir nicht! Auf keinen Fall! Bei mir ist er gegen dich gefahren! Ah, lachhaft! Lachhaft! Ja! Egal! Eitiger Kronat! Oh! Hallo! Ha! Ja! Diesmal bitte nicht runterfahren! Ich bin mühlich! Oh, Leute! Vor mir hat die Bombe! Oh! 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 Puh! Das war, sag ich dir ehrlich, nicht geil! Ey! Siehst du mich zufällig? Ich brauche Hilfe! Äh! Ne! Ich nicht! Ich hänge in den Stangen hier! Loll! Hä? Loll! Du warst zu lange auf der Seite und bis dann... Weil die da einen Fehler rein haben! Ah die Scheiße! Ey, Feuernsatz mit nix, Alter. In der ersten Runde fahr ich raus, in der zweiten Runde bleib ich in diesem Stangen hängen, oder was? Ja, das tut mir schon ein bisschen leid, muss das sein. Liga. Wie viel ich kann ein Server sein, ey? Ah, ****. Ich hab immer noch die Pumpe bis zum Gehtnichtmehr von gerade eben, Alter. So ein lachhafter Scheiß! Warum kriege ich denn nicht mehr die Bombastika? Hm. Puh, komm. Puh, warum? Puh, warum? Puh, warum? Puh, warum? Puh, warum? Puh, warum? Ich komm nicht mehr auf die Map rauf. Ich komm nicht mehr auf die Map rauf. Digga, ist doch Kacke. Digga. Ich komm nicht mehr auf die Map rauf. Ist das ein Scherz. Alter, vier. Der lebt ja. Digga, da bleib ich da schon am Leben, weißt du. Dann kann man da nicht mehr auf die Map fahren. Scheiße. Egal, beide Malerwärte kommen. Oh, ich hab's fotografiert bekommen. Wir haben gerade wieder die Mail. Wir haben FPS-Issues. Entschuldige, dass du auf die Audio-Frame-Limiter-Settings auf den 5M-Lounger befestigst. Und kannst du dann zum nächsten Mal auch noch probieren. Und für die Folge ist noch am Ende, Freunde. Nächste Folge jetzt weiter mit geilen Game-Body. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik